Lasset uns beten. Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen aller, die an dich glauben. Darum bitten wir durch Christus Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder, Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir, Vater, lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen.